Ach ja, die Zuwendung eines Königs. Viele, viele Jahre war ein guter Kontakt zum Königshaus, nichts Geringeres als ein langer und schöner Lottogewinn. Wer in der Gunst der Krone stand, dem ging es grundsätzlich nicht nur gut, sondern sehr, sehr gut. Alles konnte für einen sehr, sehr einfach werden, alles wurde sofort besser, man bekam größere Häuser, mehr Land, mehr Titel, Rang und Namen, einem König Freude zu bereiten, konnte sich sehr lohnen. Darum versuchten nicht wenige, sich gut mit dem König zu stellen, so erging es auch der französischen adeligen François, die nur einen Wunsch hatte, sie will für immer die Liebe des Sonnenkönigs. Nicht, weil sie ihn liebt, nein, ihr geht es nur um Geld, Status, Titel und im Vergleich zu allen anderen wird diese Madame kein Nein akzeptieren. Entweder wird der König sie zu seiner ewigen Favoritin machen und wenn sie ihn nicht haben kann, dann kriegt ihn niemand. Keiner ahnt, dass diese Frau mit einer der dunkelsten Geschichten Frankreichs in Verbindung steht. Heute gibt es eine, ja, man kann schon fast sagen, kleine Premiere. Ein Fall, der sich vor über 340 Jahren ereignet hat. Etwas, das so weit in der Vergangenheit liegt, hatten wir noch nie und ich bin so gespannt, wie ihr darauf reagiert, weil das ist, wie ich finde, eine der spannendsten Geschichten, die ich euch wohl je erzählen werde. Es ist so spannend, weil wir erhalten einen ganz besonderen Einblick in die Vergangenheit, in die Geschichte und wir sehen aber auch sehr klar, wie war das damals, als man noch keine Tests oder klare Struktur hatte, um einen Fall aufzuklären. Und allgemein, alle Personen, die dieses Mal dabei sind, es gibt einfach alles. Wir haben Theater ohne Ende. Man kann gar nicht glauben, dass all das so passiert ist. Wir haben, wie gesagt, einfach alles dieses Mal. Darum fangen wir an. Wir gehen einmal in der Geschichte zurück. Wir befinden uns in Frankreich, zur Zeit von König Ludwig, dem 14., der spätere Sonnenkönig, saß schon mit vier Jahren auf dem Thron. Seine Mutter, Anna von Österreich, übernimmt, bis er 13 ist, seine Aufgaben. Als Ludwig dann nach und nach offiziell seinen Pflichten nachgeht, zu einem jungen Mann heranwächst, ist man schon nach kurzer Zeit positiv überrascht. Ludwig erweist sich in allem als talentiert. Er ist sehr clever und zu alledem auch noch ein sehr hübscher junger König. All das macht ihn überall schnell beliebt. Und Ludwig macht kein Geheimnis daraus, dass ihm die Aufmerksamkeit als König sehr gefällt. Er liebt es, dass alle wie Feen um ihn herum tanzen. Klar, das ist jetzt auch irgendwo logisch. Der wird sich später auf eine Stufe mit der Sonne stellen. So eine Denkweise kommt nicht von irgendwo her. Der hat wohl eine gewisse Grundeinstellung. Ludwig war einfach so. Er liebte seine Aufgabe, sah sich selbst als etwas ganz Besonderes. Er fängt aber auch sehr schnell an aus der Tatsache, dass alle seine Anerkennung wollen, eine Art Spiel zu machen. Ludwig machte damals allen am französischen Hof klar, dass man reich belohnt wird in jeglicher Art, wenn man gut zu ihm ist, ihm Freude bereitet. Das war grundsätzlich nichts Neues. Das hat jeder König gemacht. Jeder wollte seine Gunst. Doch Ludwig hat all das auf ein ganz neues Level angehoben. Ludwig XIV. hatte ein ganzes System um sich. Morgens, wenn er aus dem Bett hüpft, wurde eine Art vorher sehr gut durchgeplante Choreografie abgespielt. Einer reicht ihm das Hemd, der andere darf die Knöpfe zumachen. Es war damals ein ganz großes Privileg. Diese Aufgaben wurden nur an die ranghöchsten Personen verteilt. Es galt als Ehre, bei einer Routine des Königs dabei zu sein. Das war das Statussymbol. Heute zeigen ja zum Beispiel Gegenstände wie Autos. Seht her, ich hab's geschafft. Zu Ludwigs Zeiten war es, ich darf morgens die Vorhänge des Königs aufmachen, das Beste, was dir passieren konnte. Ludwig war auch ein großer Fan von Freizeit und Vergnügen. Es war ihm sehr wichtig, dass er genug Stunden für sich und seine Hobbys hatte. Eines davon waren schöne Frauen. Der König vergnügt sich mit jeder Dame, die ihm gefällt. Die Zahl seiner Geliebten wird über 100 geschätzt. Besonders viele Frauen waren ständig am französischen Hof. Sie wollten alle dem König gefallen, weil Ludwig beschenkt die Damen, die sich mit ihm einlassen, reich. Und das war für eine Frau damals fast die einzige Möglichkeit, sich zu verbessern, was Rang, Geld und Titel angeht. Doch Ludwig hat noch keine Ahnung, dass dieses System der Belohnung nicht nur Feen anlockt, sondern auch die ein oder andere Biene. Und das bringt uns zu ihr. François de Rue Kichat. François wurde am 5. Oktober 1640 in einem kleinen Dorf westlich von Paris geboren, als das dritte von insgesamt fünf Kindern ihre Eltern Gabriel und Diane. Und naja, was soll ich sagen? Nun am besten gerade heraus, wie es war. François war jemand, niemand mochte sie. Ja, ich weiß, sowas hatten wir auch noch nie. Normalerweise kann man über die meisten Personen, deren Leben zu einem Fall wird, im Vorfeld sehr viel Positives erzählen, weil das meistens eben auch sehr tolle und besondere Menschen waren, die immer freundlich, immer nett waren, viel für die Gesellschaft gemacht haben. Menschen, die einen großen Traum hatten. Ein sehr genaues Bild ihrer Zukunft, bis sie eben diesem einem falschen Menschen begegnet sind. Aber hier haben wir das nicht. François war nichts als unbeliebt und das eigentlich schon von Anfang an. Und das war lange, bevor alle erfahren haben, dass diese Frau auch nochmal eine ganz andere Seite hat. Also die dunkle Seite von der noch dunkleren Seite. Davon weiß noch keiner etwas. Doch was hat sie denn gemacht? Wir haben ja noch nicht mal angefangen und keiner mag sie. Nun, zunächst einmal, François hatte im Laufe der Jahre sehr, 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 sehr viele Namen. Sie selbst nannte sich gerne Artenais, das ist abgeleitet von der griechischen Göttin Athene. Und alle Namen, die sie hatte, kann ich auf Dauer nicht geschmeidig aussprechen. Deswegen werde ich sie ab jetzt mit dem Namen ansprechen, mit dem sie dann auch Geschichte geschrieben hat. Dieser lautete Madame de Montespan. Es geht nicht anders, weil nachher kommt auch nochmal eine Dame mit dazu, die auch François heißt und sehr wichtig sein wird. Was macht ihr heute alles mit mir mit, ha? Ich glaube, das ist der wahre Grund, warum keiner ein Video darüber macht. Viele lange Namen. Jedenfalls hat diese Madame de Montespan von Anfang an alles gemacht, damit sie nicht beliebt wird. Indem sie jedem schnell klar gemacht hat, dass es für sie nur zwei Dinge gibt. Das sind Geld und Ansehen. Madame de Montespan stammte aus einer der ältesten Adelsfamilien. Diese pflegte seit Generationen sehr gute Kontakte zum Königshaus. Ihr Vater war Angestellter bei Ludwig XIII. Doch Madame de Montespan wollte mehr. Viel mehr. Am liebsten wäre sie der König von Frankreich und sie hatte schon sehr früh angefangen, etwas dafür zu tun. Und das ist kein Scherz. Sie wollte König sein. Aus den Briefen jener Zeit geht hervor, dass Madame de Montespan zwar sehr hübsch war, blonde Haare hatte, aber sie hatte auch keinen einzigen Freund, weil sie das auch nicht wollte. Sie hat immer nur geguckt, dass sie an Leute herankommt, die ihren Status verbessern können. Denn stellt es sich heraus, dass die Person sie nicht weiterbringt, wechselt Madame de Montespan zum Nächsten. In den Briefen über sie steht, es ist unglaublich, wie komisch sie ist. Einfach ja kühl. Außer du hast etwas, das sie gebrauchen kann. Dann war sie nett zu dir wie Milch und Honig. Bis sie von dir das hatte, was sie will. Und das war auf eine so offensichtliche Art und Weise, dass ganz schnell mit ihr niemand mehr reden will. Wenn man sie zum ersten Mal gesehen hat, hat man sich gedacht, oh, die ist ja schön und sicherlich nett, aber sobald Madame de Montespan anfängt zu sprechen, sprinten alle davon. Sie interessiert sich nur für Geld und Status. In einem Brief heißt es, man sieht ihr an, dass sie immer irgendeinen Plan hat. Man will in ihrer Nähe einfach nicht sein. Darum, ja, mochte sie einfach niemand. Und noch weniger, als sie an den französischen Hof kommt. Madame de Montespan kommt im Alter von 20 Jahren an den französischen Hof. Sie war kurz zuvor einige Jahre in einer Schule, wo sie lernen sollte, wie man sich benimmt vor einem König und so weiter. Über die Kontakte ihres Vaters und ihren Familiennamen allgemein bekommt sie eine Stelle als Hofdame der französischen Königin. Das war genau das, was sie wollte, weil das Leben, das Madame de Montespan sich vorstellt, kann ihr nur einer geben. Der König. Madame de Montespan plant, die Geliebte des Königs zu werden. Doch damit sie den Luxus und die Privilegien bekommt, den sie ihrer Meinung nach mehr verdient hat als alle anderen, dafür muss sie dem König auf Dauer gefallen. Und das wird die bisher größte Aufgabe, weil es flattern schätzungsweise 50 bis 100 Damen täglich um Ludwig herum. Da ging's zu wie beim Bachelor. Alle wollten das, was Madame de Montespan will. Und vor allem, selbst wenn man das schafft, dann waren 99 Frauen gegen dich. Doch Madame de Montespan ist motiviert, ihren Wunsch zu erreichen, indem sie das macht, was sie am besten kann, sich an anderen hochziehen und die dann fallen lassen. Sie schmeichelt sich bei Louise de Lavalier ein. Sie war damals die aktuelle Geliebte des Königs. Louise war schön, aber auch viel zu gut und naiv. Sie liebte den König aufrichtig. Ihr war Titel, Rang und Namen egal, Hauptsache Ludwig liebt sie, sie darf weiterhin bei ihm wohnen. Sie erkennt gar nicht, dass Madame de Montespan nur so tut, als wären sie die besten Freunde. Sie braucht sie nur, um in die Nähe des Königs zu kommen und auch, um zu lernen, was mag Ludwig, was nicht. Wie ist der Alltag am Hof? Wie funktioniert alles? Es war außerdem eine sehr einfache und günstige Zeit. Ludwig liebte es, sich außerehelich zu vergnügen. Er hatte kein Interesse an seiner Ehefrau aus Spanien, Marie-Therese. Mit der konnte er sich auch nicht einmal unterhalten. Die Königin sprach kaum Französisch. Sie war am Hof eine Randfigur. Und sie selbst fand es auch gar nicht witzig, dass ihr Ehemann sich das Bett mit anderen Damen teilt. In Spanien hatte man ihr erklärt, dass ein Prinz sich nur in eine Prinzessin verlieben kann. Diese neuen Regeln am französischen Hof, das sagte ihr alles gar nicht zu. Darum hat sie sich aus allem herausgehalten. Madame de Montespan beobachtet den Alltag am Hof sehr genau und lernt schnell. So oft sie kann, versucht sie Ludwig schöne Augen zu machen. Der lacht sie aber erst einmal nur aus. Gegenüber seinem Bruder meint er, sie tut, was sie kann, aber ich will nicht. Schließlich erlangt Madame de Montespan dann doch die Aufmerksamkeit des Königs. Ihre Familie war sehr bekannt für den sehr direkten und auch sehr ironischen Humor. Den hatte sie auch. Gegenüber dem König damals Dinge direkt anzusprechen, eventuell sogar forsch zu sein oder ein bisschen zu scherzen, das war eigentlich gegen jede Regel der Höflichkeit. Ludwig selbst mochte das gar nicht. Doch irgendwann findet er es erfrischend und unterhaltsam, dass Madame de Montespan ihm gegenüber einfach so ist, wie sie ist. Dass dieser Frau alles egal ist, dass sie offensichtlich hier ist, um die Anerkennung des Königs zu bekommen. Und das hat ihm dann irgendwann doch gefallen. 1663 heiratet dann Madame de Montespan Louise Henry. Ab hier hatte sie dann auch den Namen, mit dem sie in die Geschichte eingehen wird. Und wer nun glaubt, dass Madame de Montespan nun aufgibt, immerhin war sie jetzt verheiratet und konnte gar nicht mehr die Geliebte des Königs werden, aber oh nein, jetzt wollte sie es erst recht. Obwohl das zu jener Zeit so eigentlich gar nicht möglich war, eine verheiratete Frau hatte, treu zu sein. Aber nein, Madame de Montespan hat einen Wunsch. Sie ändert ihre Pläne nicht. Und das ist auch so eine Sache. Für Madame de Montespan galten die Regeln der Gesellschaft einfach nicht. Im Gegenteil, Madame de Montespan bringt nach ihrer Hochzeit schnell zwei Kinder zur Welt, zuerst ein Mädchen, zwei Jahre später einen Jungen. Sie stellt aber auch die ganze Zeit sicher, dass sie mit ihrer Familie in einem Haus wohnt, das fast neben dem Louvre war, damit sie weiterhin ihre Stelle am Hof behalten kann. Das war ungewöhnlich. Verheiratete Damen haben eigentlich nicht mehr gearbeitet, aber Madame de Montespan dachte gar nicht daran. Im Gegenteil. Ihre Familie hat sie nicht interessiert, sie hat einfach nur ihre Pflicht erfüllt. Danach will sie von ihrem Ehemann und auch von ihrer Familie nichts mehr wissen. Die Ehe zwischen ihr und Louise lief von Anfang an nicht gut. Louise gab sehr viel Geld aus, war in den Augen seiner Ehefrau nicht klug genug. Er mochte sie aber auch nicht. Das war eigentlich nur eine Pflichtveranstaltung, diese Ehe. Und tatsächlich wird Madame de Montespan dann doch die Geliebte von Ludwig. Und das ging gar nicht. Eine verheiratete Frau. Das war wieder gegen jede Regel. Aber bei Madame de Montespan war das alles auf einmal wieder egal. Zunächst mussten die beiden die Beziehung geheim halten. Madame de Montespan hätte ihren Rang und Titel sofort verloren, wenn herauskommt, dass sie ihrem Ehemann nicht treu ist, auch wenn es mit dem König war. Und man hat das dann gemacht, indem man einfach Louise weiter als die offizielle Geliebte am Hof gehalten hat. Und man mag das, was jetzt kommt, sich kaum vorstellen. Louise war so traurig, dass ihr geliebter Ludwig nun eine neue Favoritin hat. Und nicht nur das, damit keinem auffällt, dass er mit Madame de Montespan nun zusammen ist, hat man das Ganze folgendermaßen gemacht. Louise hatte ein Zimmer und in diesem Zimmer gab es eine Hintertür zu einem weiteren Zimmer. Und in dem Zimmer hat dann Madame de Montespan gewohnt. Also wenn der König nachts mit Madame Spaß haben wollte, musste er durch das Zimmer von Louise gehen. Und das war für Louise unvorstellbar. Sie hat immer gehofft, dass Ludwig doch wieder zu ihr zurückkommt, dass er sich erneut in sie verliebt, weil sie war nach wie vor unendlich verliebt in den König. Aber nee. Er hatte kein Interesse mehr an Louise. Madame de Montespan war nun seine Favoritin und Louise hat das kaum ausgehalten. Wie gesagt, sie hat den König geliebt und zweitens, sie sah es nicht ein, bei diesem Plan mitzumachen. Und sie hat auch mehrmals versucht, damals wegzulaufen. Sie wurde aber immer wieder eingesammelt und wieder zurück ins Schloss gebracht. Aber wie das so oft ist, natürlich wusste man schnell, dass der König eigentlich eine neue Favoritin hat. Und irgendwann hat auch der Ehemann von Madame de Montespan Wind davon bekommen und ein Riesentheater veranstaltet. Er hat versucht, seine Ehefrau, die dann im Louvre eingezogen ist, zurückzubekommen. Der ist sogar vor Gericht, weil es war auch damals sein Recht. Der König hatte die Finger von seiner Frau zu lassen. Er hat an seiner Kutsche sogar Hörner angebracht. Das war das offizielle Zeichen dafür, dass die Ehefrau nicht treu war. Und dreimal dürft ihr raten, ob es etwas gebracht hat. Nein. Für Madame de Montespan gelten andere Regeln. Man hat ihrem Ehemann freundlich gesagt, dass er die außerehelichen Aktivitäten seiner Ehefrau halt einfach akzeptieren muss. Man hat auch mehrmals versucht, diesen Ehemann freundlich loszuwerden, indem er ihn nach Spanien geschickt hat. Und alles mögliche. Das hat aber nicht funktioniert. Er bleibt dabei. Er will seine Ehefrau zurück. Und schließlich erwartet Madame de Montespan das erste Kind von Ludwig. Mit dieser Schwangerschaft veränderte sich einiges. Madame de Montespan stand schon vorher über jeder Regel. Die waren nur Dekorationen für sie. Jetzt erhob sich aber das Ganze nochmal auf ein ganz neues Level. Eine Geliebte musste sich an bestimmte Regeln halten. Das war ihr Überraschung. Auch alles egal. Das erste Kind von Ludwig wurde noch geheim gehalten. Es wurde auch nur drei Jahre alt. Man weiß bis heute nicht einmal den Namen. Aber schon beim zweiten Nachwuchs war es ein offenes Geheimnis. Ludwig erkennt diese Kinder später sogar offiziell an. Erst ohne den Namen der Mutter zu nennen. Aber es wussten halt alle Bescheid. Weil Madame de Montespan dachte auch gar nicht daran, ihren Zustand irgendwie zu verstecken. So wie das damals auch üblich war. Schwanger sein war etwas, das hat man nicht verstanden. Damit wollte man auch nichts zu tun haben. In so einem Fall war die Frau meistens in irgendeinem Landhaus. Bis es, naja, in Anführungszeichen vorbei war. Weil es da auch sauberer war und alles. Doch Madame de Montespan bleibt am Hof. Es kommt gar nicht in Frage, dass sie Ludwig aus den Augen lässt. Und der schenkt ihr Schlösser, Juwelen, Rang, Titel ohne Ende. Und jetzt hat sie endlich das Leben, das sie immer haben wollte. Und natürlich lässt sie denen keine Sekunde aus den Augen. Das ging ja auch gar nicht. Nach wie vor wollten alle das, was Madame de Montespan hat, ihren Platz. Alle warteten nur darauf, dass sie einen Fehler macht. Und sie zeigt allen, dass sie die Favoritin bleibt. Indem sie einfach nicht weggeht und fast jedes Jahr ein weiteres Kind bekommt. Und dies jedes Mal zur Schau stellt. Auch war es eigentlich üblich bei offiziellen Terminen, dass die Geliebte jetzt nicht mitkommt. Und wenn, musste sie irgendwo in der Ecke still und ruhig stehen, im Hintergrund bleiben. Madame de Montespan schafft diese Regel ab. Jetzt sitzen bei königlichen Anlässen der König, die Königin und daneben seine Geliebte. Die reisen sogar in derselben Kutsche, was die Königin einfach akzeptieren muss. Unglaublich. Madame de Montespan hatte es geschafft. Ludwig ist ihr praktisch aus der Hand und sie weiß sehr viel damit anzufangen. Diese Frau war ja nie beliebt. Und jetzt noch weniger. Es gibt so viele Briefe von Adeligen, die sagen, das kann doch echt nicht wahr sein. Diese Madame macht einfach, was sie will. Keiner kann sie aufhalten und selbst der König liebt sie. Madame de Montespan wirft mit Geld von Ludwig um sich alles aus dem Fenster. Sie verspielt in einer Nacht mehr als 7000 Taler. Sie kauft Kleidung ohne Ende. Und sie lacht auch darüber, wie viel Geld sie an einem Abend verloren hat. Und sie zeigt auch allen in Frankreich, dass sie eigentlich diejenige ist, die hier bestimmt. Viele sagen, Madame de Montespan ist der wahre König von Frankreich. Ludwig hört auch sehr viel auf ihren Rat. Und nicht nur das. Madame de Montespan ist käuflich. Sie verkauft Schlösser, Titel an Leute, die ihr einfach Geld geben. Die Stimmung mag man sich gar nicht vorstellen. 1674 wird dann auch die Ehe zwischen Madame de Montespan und ihrem Ehemann annulliert. Dann kann Ludwig offiziell zu ihr stehen, als Geliebte und Favoritin. Irgendwann müssen sich alle im Raum erheben, wenn sie da steht. Das hat man eigentlich nur beim König und der Königin machen müssen. Doch Madame de Montespan musste auch sehr viel Aufwand betreiben, um ihre Position am Hof zu halten. Die Geliebte zu werden war eine Sache. Sie zu bleiben war noch schwerer. Wie gesagt, sehr viele Frauen wollten ihren Platz und Ludwig liebte schöne Frauen. Er vergnügt sich auch mit ihnen immer mal wieder. Madame de Montespan muss schauen, dass sie die Favoritin bleibt. Sie macht absolut alles, was möglich war, um schön und jung zu bleiben. Was immer schwerer wurde, weil sie war nur zwei Jahre jünger als er. Die Damen am Hof wurden immer jünger. Die eine war schöner als die andere und Madame de Montespan setzten auch diese vielen Schwangerschaften sehr zu. Irgendwann waren es von Ludwig sieben Kinder und sie hatte ja schon zwei aus der ersten Ehe. Madame de Montespan hatte eigentlich nie so wirklich ihre Ruhe. Sie musste immer gucken, gefalle ich dem König. Weiterhin, sie ist dafür sogar um fünf Uhr morgens aufgestanden, hat sich drei Stunden lang frisieren lassen, ganzes Beauty-Programm einkleiden, dass, wenn der König um acht aufsteht, dass sie direkt toll und schön aussieht. Madame de Montespanes Positionen zu halten war nicht einfach, aber Ausruhen kam nicht in Frage. Darauf warteten ja alle, dass sie nicht mehr so aufmerksam guckte, was der König macht und mit jedem Jahr wurde es immer schwerer, diese Position zu halten. In Briefen über sie heißt es, es ist so offensichtlich, dass sie nur in der Nähe des Königs ist, weil sie so sein will wie er. Madame de Montespanes wusste bald, sie braucht am Hof mindestens einen Freund. Doch wie sollte sie das anstellen? Keiner mochte sie und ehrlich gesagt mochte sie auch niemanden. Doch dann fällt ihre Wahl auf eine Frau namens Françoise, die als Madame de Montespan in die Geschichte eingehen wird. Ja, die beiden Frauen hatten denselben Vornamen und beide gehen in die Geschichte ein unter einem fast ähnlichen Namen, also der ähnlich ausgesprochen wird. Madame de Montespan war eine Frau, die schon in jungen Jahren sehr viel mitgemacht hatte. Sie war eigentlich adelig, aber nicht sehr hoch und sie und ihr Bruder werden von Verwandten hin und her gereicht. Der Vater verspielt das Geld. Doch dann wird die stets sehr ruhige und stille Madame de Montespanes 1652 im Alter von 16 Jahren entdeckt von dem Komödienautor John Scarron. Der war damals 42, konnte nicht mehr laufen, saß im Rollstuhl, doch er erkennt, dass Madame de Montespanes ein Juwel ist und macht ihr einen Heiratsantrag. Paul war ein lieber, guter Mann. Er wollte einfach nur diese junge Frau aus ihrem Umfeld herausholen. Die nächsten acht Jahre haben die beiden eine sehr, sehr liebe und ruhige Ehe. Er stellt sicher, dass seine Ehefrau alles lernen kann, was sie will und es stellt sich heraus, dass Madame de Montespan sehr clever ist. Als Pauls Zeit in dieser Welt acht Jahre nach der Hochzeit endet, weiß Madame de Montespan zuerst nicht, wo sie hin soll. Geld hat sie nicht. Und so kam sie schließlich fast zeitgleich mit Madame de Montespan an den französischen Hof. Ein paar Adelige hatten ein gutes Wort für Madame de Montenor eingelegt. So bekam sie eine Stelle als Hofdame. Und Madame de Montenor war damit sehr zufrieden. Sie hatte so ein Zuhause, eine Arbeit. Madame de Montespan hat sie all die Jahre ignoriert. Sie wird erst auf sie aufmerksam, als sie von Ludwig nach und nach immer mehr Kinder bekommt. Weil für Madame de Montespan kam es nicht in Frage, dass sie nach diesen Kindern auch guckt. Sie muss nach Ludwig gucken, dann jeden Tag ihr Beauty-Programm und ein bisschen Freizeit wollte sie ja auch. Sie wollte das Geld, das sie vom König hat, ausgeben, wie sie will. Deswegen wird Madame de Montespan dann auf Madame de Montenor aufmerksam. Sie fragt sie, ob sie nicht nach den gemeinsamen Kindern sehen möchte. Weil ist doch die einzige Frau am Hof, die keine Konkurrenz für mich darstellt. Das ist eine graue Maus, ein Mauerblümchen. Keiner interessiert sich für die, der König sowieso nicht. Madame de Montenor selbst hatte nie Kinder gehabt. Sie war sehr glücklich über diese Aufgabe. Doch die beiden Madams werden niemals Freundinnen werden. Die haben sich nie verstanden. Im Gegenteil, zwischen den beiden Frauen ging es zu wie Hund und Katze. Madame de Montenor mochte Madame de Montespan gar nicht, weil sie ihren Ehemann verlassen hat für den König. Etwas mit ihm hatte, obwohl sie verheiratet war. Sie war eine sehr gläubige Frau und konnte mit dieser Art überhaupt nichts anfangen. Und Madame de Montespan mochte wiederum diese Denkweise nicht. Sie hat sich gedacht, wieso? Ich will mich verbessern. Ich habe doch meine Pflicht erfüllt als Ehefrau. Aber Madame de Montenor sagt zu, die Kinder, die aus der Beziehung der Geliebten und des Königs hervorgehen, zu erziehen, weil sie diese auch sehr schnell liebgewonnen hat. Diese Aufgabe hat ihr sehr gefallen. Aber wie gesagt, zwischen den beiden Madams gibt es ständig Meinungsverschiedenheiten. Beide Frauen waren sehr willensstark. Es ging nicht mit, aber auch nicht ohne. Und sogar der König gibt irgendwann auf, zwischen den beiden zu vermitteln. Deswegen gehen die beiden Madams immer mal wieder aufeinander los. Und er kann nichts machen. Doch was dann folgen sollte, das ahnte niemand. Ludwig der Sonnenkönig wohnte ja zu Beginn und auch allgemein sehr viele Jahre in der Stadt Paris, im Louvre. Und ich habe das schon in einem anderen Video gesagt. Ludwig hat eines Tages gesagt, es reicht. Ich kann in meinem Schloss nicht mehr wohnen, weil fast jede Nacht stand irgendjemand vor seinem Bett. Manche wollten unter die Decke schlüpfen, andere wollten seine Brieftasche und wieder andere wollten, dass es gar keinen König mehr gibt. Der Palast gab sich die größte Mühe, jede Nacht die Leute aus dem Schlafzimmer des Königs fernzuhalten. Aber Ludwig gab schließlich auf. Er mochte Paris immer weniger und wollte dadurch dann einfach irgendwann nur noch weg. Das ging nicht mehr, er konnte keine Nacht mehr schlafen. Darum gibt er 1677 den Auftrag, das Landhaus Versailles zu einem Schloss umzubauen. Das luxuriöseste, das die Welt je gesehen hat. Ludwig gibt Umsummen für dieses Gebäude aus und nur das Beste vom Besten soll es sein. Fünf Jahre später zieht der Hof dann um in das prachtvolle Schloss Versailles. Und von da an war der Hof eine ganz andere Welt. Versailles war ein nicht enden wollender Traum aus Luxus. Es war sauber, glanzvoll. Ludwig war mehr denn je umgeben von Menschen, die hüpften wie die Delfine, wenn er in den Raum kommt. Er hat es dort sehr geliebt. Es war eine Hochburg seines Gottkomplexes, den er dort ausleben konnte. Und das tut er dann auch so sehr, dass er alles andere vergisst. Und genau das war das Problem. König Ludwig hat bald die Menschen, die nicht in Versailles leben, vergessen. Und er hat sich auch für das, was außerhalb war, nicht mehr interessiert. Für ihn war nur wichtig, dass alle ihre Steuern zahlen, weil er brauchte das Geld. Er hat sehr viel in sein Schloss investiert, das ja noch lange nicht fertig war. Und er hat auch Geld gebraucht, weil er die Grenzen von Frankreich erweitern wollte. Damit mal in den Geschichtsbüchern steht, er war ein guter und erfolgreicher König. Doch die Wahrheit war, den Menschen in Frankreich ging es nur in Versailles gut. Also dem Schloss und der Stadt und auch allgemein den Adeligen, dem ging es gut. Doch bei allen anderen war das nicht so. Damit Ludwig sich sein Traumschloss bauen kann, dass Madame de Montespan sich teuren Schmuck weiterhin leisten kann und alles andere, was sie will, dafür alleine mussten die Steuerzahler aufkommen. Und der Anteil wird immer höher, weil Ludwig braucht Geld und dann immer mehr Geld. Noch haben die Menschen in Frankreich das mitgemacht. Sie waren zwar nicht begeistert, aber noch war Ludwig der 14. beliebt. Aber dass die Menschen nur zwei Generationen später sagen, jetzt reicht's, wir kündigen unserem König, die Anzeichen dafür waren damals schon da. Ja, zuerst hat man es noch mitgemacht, dass der König immer mehr Geld braucht. Ludwig braucht seine goldenen Dachziegel. Gut, das finanzieren wir mal, wir wissen ja nicht, dass es für goldene Dachziegel ist. Aber irgendwann konnten die Menschen sich selbst dann nicht mehr finanzieren und vor allem in der Stadt Paris wurden die Leute dann sehr kreativ, um sich etwas dazu zu verdienen. In den Jahren 1675 fällt den Beamten in Paris auf einmal auf, dass es doch sehr viele Zufälle gibt, die so oft geschehen, dass es eigentlich kein Zufall mehr sein kann. Was war los? Nun ja, die Menschen in Paris fallen auf einmal um wie die Fliegen und es werden immer mehr. Das war zu jener Zeit nichts Neues. Damals war das Leben sehr schnell vorbei. Vor allem in einer Stadt, wo es kein Abwassersystem gab, allein der Geruch. Lange fit und gesund war man in der Stadt eher selten. Doch zu dieser Zeit war die Anzahl an Leute, die umgekommen sind, so hoch und es gab kein Muster, warum das so ist. Man informiert den König darüber. Er will aber nichts davon wissen. Die Beamten waren auf sich gestellt, dieses Phänomen zu untersuchen. Während Ludwig denkt, alles ist gut, er lebt seinen Traum im Schloss Versailles, da wächst in Paris eine dunkle Welt aus, naja, sagen wir mal Alchemisten heran, die alles Mögliche zusammenmischen und verkaufen. Das war damals erlaubt und auch nichts Neues. Das Geschäft hat sich sehr gelohnt. Die Leute gaben sehr viel Geld für Liebes- oder Schönheitstränke aus, die vielleicht funktionieren. Getränke, wenn man schwanger war und es nicht mehr sein wollte, auch sehr beliebt, war damals das Wahrsagen. Ein Blick in die Zukunft, das wollten einige. Doch die Dienste dieser Menschen zu jener Zeit ging noch sehr viel weiter, wie sehr sorgfältige Ermittlungen dann ergeben. Es tauchen Dokumente auf, die belegen, dass die Leute eben auch Getränke verkauft haben, wenn man, naja, jemanden ganz schnell loswerden wollte. Hauptsache der Preis stimmt. Das war sogar das Hauptgeschäft. Zum Beispiel, eine Dame hatte einen Vater und einen Bruder. Sie wollte nicht heiraten, sie wollte selbst bestimmen, auch über das Vermögen. Also bucht sie sich einen Alchemist, der ihr den vollen Service anbietet. Er kommt eines Tages in das Haus, verkleidet als Schneider. Er sagt zu dem Vater und dem Bruder, hey, schaut mal, diese Handschuhe, die habe ich selbst gemacht, probieren Sie es doch mal an, tolles Material, nicht wahr? Naja, sagen Sie mir Bescheid, ob Sie das kaufen wollen oder nicht. Tschüss. Was keiner ahnt ist, dass in diesen Handschuhen ein Pulver war und nach einigen Stunden fallen der Vater und der Bruder einfach um. Keiner sieht den Zusammenhang. Und das war der Grund, warum auf einmal so viele Leute umgekommen sind. Und als die Beamten allmählich merken, das ist doch kein Zufall, es gibt hier ein Muster, man war sprachlos und man wusste gar nicht, wie lang geht das schon. Und je weiter man sucht, desto mehr Fälle findet man. Es gab so viele Leute, die diese Dienste in Anspruch genommen haben. In jeder Variante. Es werden mehr als tausend Fälle bekannt. Ein Ehemann wollte seine Frau loswerden, um mit seiner Geliebten zusammen zu sein. Und umgekehrt, Personen, die unehelich waren, wollten an den Titel und das Vermögen ihrer Familie, obwohl sie gar keinen Anspruch hatten. Manche konnten auch die Steuern nicht mehr bezahlen, weil der Ehepartner das Geld lieber verspielt. Dann gab man ihnen einfach einen Tee zum Einschlafen, nur ist die Person dann nicht mehr aufgewacht. Mama Lucia, diese Zeit ging in die Geschichte ein, als die sogenannte Giftaffäre. Menschen haben ab 1675, vermutlich auch schon vorher, überall in Paris sehr, sehr einfach Getränke gekauft. Man konnte aber sogar Leute engagieren, die dafür sorgen, dass gewisse Menschen einfach nicht mehr da sind. Aus welchem Grund auch immer. Es ist bis heute unbekannt, wie viele das damals tatsächlich gemacht haben, aber die Zahl ist sicherlich hoch. Wir sprechen hier von mehreren tausend Personen. Das ist eines der dunkelsten Geschichten in Frankreich und auch eine der peinlichsten. Als Ludwig davon erfährt, was die Leute in Paris so machen, ist er außer sich. Er stellt sofort das Geld und auch alles zur Verfügung, um die Situation aufzuklären. Doch nicht, weil ihm was an seinen Steuerzahlern liegt, nein. Die Beamten bekommen gesagt, ihre oberste Priorität ist nicht die Aufklärung. Wer hat diese Dienste in Anspruch genommen? Nee. König Ludwig war es wichtig, dass niemand außerhalb von Paris davon erfährt. Weil wie steht er dann da? Er ist doch der tolle Sonnenkönig. Das Image ist doch weg. Wenn da rauskommt, was die Leute in Paris da so machen. Deswegen soll das Ganze schnell unter den Teppich gekehrt werden. Doch was hat das alles jetzt mit Madame de Montespan zu tun? Nun, man hat nicht nur versucht, diejenigen zu finden, die diese Tränke hergestellt haben, die diese Dienste angeboten haben, nein, sondern man hat auch versucht, alle Kunden ausfindig zu machen. Weil wenn es da Personen gibt, die sich da irgendein Erbe erschlichen haben sollten, diese dieses Geld und auch den Titel ja wieder verlieren. Ist ja auch irgendwo logisch. Nur merkt man dann, je mehr Namen man herausbekommt in der Kategorie, wer diese Dienste in Anspruch genommen hat, desto mehr Namen aus dem Adel sind dabei und ein Name fällt die ganze Zeit. Und dieser lautete Madame de Montespan. Ja, die große Überraschung in dieser Zeit war, dass damals nicht nur normalos das gemacht haben, sich irgendwelche Tränke kaufen, um damit irgendeinen Vorteil zu bekommen, sondern dass sehr viele Adelige das auch gemacht haben. Da gab es Personen, die gesagt haben, ich will das Vermögen meiner Familie allein für mich. Für euch mag das jetzt logisch klingen, für die damalige Zeit war es das nicht. Man dachte, der Adel macht so etwas nicht. Das sind doch die besseren Menschen, die wissen, was richtig ist. Und ja, vorwegen, da war doch das meiste zu holen. Und das haben tatsächlich so viele Adelige gemacht, dass einige aus Frankreich abgehauen sind, als klar war, da wird nachgeforscht. Und ein Name fällt da immer wieder. Und dieser lautet Madame de Montespan. Sie war wohl eine der berühmtesten Stammkunden dieser zweiten Welt in Paris. Und zuerst einmal wollte man das nicht glauben. Madame de Montespan war nicht sehr beliebt. Und diese Befragungen waren, naja, qualitativ nicht sehr hochwertig. Man wollte das Ganze schnellstmöglich aufklären, alle Beteiligten finden. Und das hat man dann gemacht, indem man die, die involviert waren, zum Beispiel eine Zeit lang unter Wasser gehalten hat, bis sie reden, wie das halt damals so üblich war. Und wie das halt so ist, in so einer Situation sagt man eher nicht die Wahrheit, sondern nur irgendwas, damit es aufhört. Und daher denkt man sich zuerst nichts, als viele sagen, Madame de Montespan war auch eine Kundin von uns. Ihren Namen zu sagen war einfach, die mag ja keiner. Aber ziemlich bald fällt auf, dass es doch stimmt. Die Zofe von Madame de Montespan war ständig in Paris, um irgendwelche Tränke zu kaufen. Doch was hatte Madame de Montespan davon? Wen will sie denn loswerden? Und da fiel es dem Sonnenkönig wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen. Madame de Montespan hatte sehr wahrscheinlich viele, viele Jahre versucht, den König loszuwerden. Offiziell ist es so, man weiß nicht, was Madame de Montespan da immer in Paris gekauft hat. Man weiß nur, so ziemlich immer, wenn es so aussah, als würde der König das Interesse an ihr als Favoritin verlieren, da schickt sie ihre Zofe nach Paris, um offiziell einen Liebestrank zu kaufen. Was da drin war, wollt ihr nicht wissen. Unter anderem leckerer, pürierter Maulwurf, allein der Geruch. Aber der König vertraute Madame de Montespan. Wenn er sie abends besucht, gibt sie ihm dieses Getränk zur Stärkung. Und Ludwig hat über viele, viele Jahre das Problem, dass er ganz oft morgens aufwacht und er denkt, sein Kopf wiegt eine Tonne. Er konnte sich das nie erklären. Bis jetzt. Wie gesagt, es ist unklar, was Madame de Montespan mit diesem Trank erreichen wollte. Man meint, sie glaubte an die Magie, dass wenn sie das Ludwig gibt, dass sie ihn niemals verlieren wird. Und es ist auch unklar, wie weit Madame de Montespan wirklich in dieser Welt drin war. Manche sagen, sie hat auch den Service einer Zeremonie in Anspruch genommen. Da liegt man anscheinend auf einem Altar ohne Klamotten, Personen tanzen um dich herum und danach wird dich die Person deiner Wahl für immer lieben. Oder wollte sie den König loswerden? Das wäre möglich. Madame de Montespan stand ja grundsätzlich über jeder Regel. Alle am Hof mochten sie zwar nicht, aber alle haben gemacht, was sie will. Wäre Ludwig nicht mehr da gewesen, hätte sie gesagt, wisst ihr was, mein Sohn ist jetzt der Thronfolger und ich mache das wie in der Generation zuvor. Ich gucke nach den Aufgaben, bis er alt genug ist. Und wem es nicht passt, den lade ich zum Tee ein. Es besteht die Möglichkeit, dass Madame de Montespan vielleicht wirklich den König nicht mehr haben wollte. Das war eine unglaubliche Geschichte. Und die große Preisfrage ist jetzt, was macht der König? Er konnte ja alles machen. Sie vom nächsten Turm werfen. Ich sag euch, was er macht. Nämlich gar nichts. Ja, Ludwig der Sonnenkönig kriegt über viele Jahre ein fragwürdiges Getränk von seiner Geliebten. Sobald sie den Eindruck hat, er verliert das Interesse an ihr als Favoritin. Und als das Ganze dann herauskommt, kann er nichts machen. Weil in dem Moment, in dem Ludwig gesagt hätte, ja, da wird ermittelt, ich will, dass das Ganze aufgeklärt wird, ich will, dass Madame de Montespan sich dazu äußert und auch sich dafür verantwortet, aber ab diesem Moment hätte ihn das sein Image gekostet. Dass eine Geliebte es schafft, einem König so weit zu bringen, sowas zu trinken über viele, viele Jahre, dass er gar nicht gemerkt hat, was sie vorhatte, es war der Gipfel. Darum kann er gegen Madame de Montespan nichts machen. Ludwig bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, dass alle Dokumente, die Madame de Montespan mit diesen Diensten in Verbindung bringen, verschwinden sollen. Keiner darf darüber reden. Keiner darf die Wahrheit erfahren. Niemand darf wissen, dass Madame de Montespan da irgendwie involviert war. Und man hört einfach auf, Fragen zu stellen. Und das, obwohl es sehr, sehr viele Fragen gab. Da gibt es zum einen diese eine Geschichte. Im Schloss Versailles waren ja ständig irgendwelche Damen unterwegs, die Madame de Montespan den Rang ablaufen wollten. Eine davon war Marie-Angelique, 20 Jahre alt, wunderschön, sehr gesund, kommt an den französischen Hof. Ludwig findet sie toll, auf einmal geht es ihr nicht mehr gut. Sie geht zurück zum Haus ihrer Familie und wacht eines Morgens nicht mehr auf. Was ein Zufall. Was Madame de Montespan dazu nur sagen würde, aber Ludwig kann nichts machen. Auch weil, wenn sich herausstellt, dass das alles stimmt, dass Madame de Montespan das vorhatte, was alle eigentlich denken, dann geht das auch auf die gemeinsamen Kinder, die sie mit Ludwig hatte. Und das wollte der König nicht. Er mochte diese Kinder sehr. Darum macht er das Einzige, was ihm möglich ist. Er gibt seiner langjährigen Geliebten Madame de Montespan einen neuen Titel. Sie wird eine Art Wirtschaftsverwalterin. Madame de Montespan zieht dann um aus ihren privaten Gemächern im Schloss, da es 20 Zimmer hatte. Sie kommt in einen kleinen Raum, das mal ein Badezimmer war. Der König ist nach wie vor freundlich zu ihr, jedoch geht er ihr aus dem Weg. Keiner darf etwas merken. Alle sollen denken, er hat einfach das Interesse an ihr verloren. Madame de Montespan's Aufgabe ist es nun, für wohltätige Zwecke Häuser zu bauen, damit, wie gesagt, niemand etwas merkt. Madame de Montespan sieht die Situation erst einmal gelassen. Sie war sich sicher, sie gewinnt den König zurück, wie das immer so war. Es war auch nicht das erste Mal, dass sie rausfliegt. Sie war schon mal ein Jahr weg, weil die Priester in Versailles sie rausgeworfen haben. Sie meinten zum König, sie schauen sich dieses Theater mit der nicht mehr an. Die macht hier, was sie will. Diese Frau ist eigentlich verheiratet. Da geht es nur ums Geld. Und der König hat daraufhin Madame de Montespan vom Hof entfernen lassen für ein Jahr. Doch dieses Mal bleibt der König dabei. Madame de Montespan ist nicht mehr der Liebling. Er hat inzwischen auch eine andere Dame gefunden. Und diese war niemand geringeres als Madame de Montenon. Ja. Die Frau, von der Madame de Montespan gesagt hat, die hole ich mir ins Boot, weil die ist keine Konkurrenz für mich. Aber jetzt stellt sich heraus, Madame de Montenon war viel, viel klüger als alle dachten. All die Jahre hat sie einfach nur auf ihre Chance gewartet. Alles, was Madame de Montespan sich aufgebaut hat, hat sie ihr weggenommen. Als wäre es ganz einfach. Madame de Montenon hat das sehr clever gemacht über die Kinder des Königs, wurde sie leise und langsam die neue Favoritin. Madame de Montenon hatte ja von Anfang an kein gutes Wort über Madame de Montespans Philosophie. So jedem das Seine, mir das meiste. Und jetzt war sie die Nummer 1. Madame de Montenon selbst wollte zuerst nicht die Geliebte des Königs sein. Da hatte sie ganz klare Vorstellungen. Doch sie wird es dann doch. Auch unter der Voraussetzung, dass Ludwig sie heiratet. Die Königin war damals nicht mehr am Leben und Ludwig willigt ein, Madame de Montenon zu heiraten. Und das ist das, was bisher keine Geliebte bis dahin wohl je geschafft hat. Die Ehe mit dem König. Dass er noch einmal geheiratet hat, wusste damals auch keiner. Er hat das mehr für sie gemacht, weil ihr das wichtig war. Aber ja, Madame de Montenon, die von allen angesehen wurde als graue Maus, Mauerblümchen, die hatte auch viele Jahre nichts zu lachen. Aber wer zuletzt lacht, lacht bekanntermaßen am besten. Sie bekommt dann alles. Von Ludwig, Schlösser, Juwelen ohne Ende und sie genießt es. Madame de Montespan wird immer wieder versuchen, den König wiederzusehen, wieder eine Chance zu bekommen, seine Favoritin zu sein. Doch er lässt sie links liegen. Madame de Montespan wird 67 Jahre alt werden. Als sie merkt, dass es mit ihr 1707 zu Ende geht, ist sie außer sich, weil sie da wohl erst merkt, was sie alles so angestellt hat und dass sie vielleicht deswegen nicht in den Himmel kommt. In ihren letzten Tagen flüstert sie nur noch vor sich hin, dass es ihr leid tut. Ihr letztes Wort ist auch das Wort Pardon. Madame de Montenon wird sogar über 82. Sie lebt bis 1719, damit vier Jahre länger als der König und über sie wird man dann auch lange sagen, sie war der wahre König von Frankreich. Weil eigentlich lief dann alles so, wie sie es wollte. Ich finde, das ist eines der spannendsten und besten Geschichten, die ich je hatte. Ich meine, man hat da diese zwei Frauen, die denselben Vornamen haben und beide haben einen Spitznamen, der ähnlich klingt und doch waren die beiden so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Der einen Madame war alles egal. Hauptsache, sie kriegt den Hauptgewinn. Egal, was sie dafür machen muss. Regeln waren ihr egal. Sie hat einfach dafür gesorgt, dass sie drüber steht. Und sie hat es dann auch geschafft, das alles so hinzubekommen, wie sie es immer haben wollte. Doch das Ganze war ein Kartenschloss, das sie irgendwann nicht mehr halten konnte. Die vielen Schwangerschaften, allein das Beauty-Programm, der Aufwand, den König nie aus den Augen zu lassen, während die andere Madame sich gedacht hat, ja, ja, mach du nur. Ich bleib bei meinen Prinzipien, meine Zeit wird kommen und das war dann auch so. Es wäre sehr spannend zu wissen, was Madame de Montespan mit dieser Magie, wie es damals betitelt wurde, alles angestellt hat, wie viele Leute sie wirklich auf dem Gewissen hat. Es gibt da ja sehr viele Spekulationen, auch wenn wir es nicht wissen. Aber so ist es, wenn Erfolg auf so einem Fundament aufgebaut ist. Irgendwann fliegt dir das mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit um die Ohren. Niemand kommt mit allem davon. Und wenn man das auch mal so vergleicht, ich meine den Aufwand, die Madame de Montespan da all die Jahre betrieben hat. Diese Beauty-Routine, jeden Tag gucken, was macht der König, mag er mich noch? Absolut jeder am Hof war gegen sie. Sie hatte keine Freunde und auch nicht so viel Spaß an dem, was sie eigentlich hatte, obwohl sie dann irgendwann sehr viel Geld ausgeben konnte, wie sie will. Aber ständig musste sie darauf achten, dass sie alles richtig macht. Sie konnte sich nie ausruhen, sie hatte nie wirklich Ruhe. Was hatte sie am Ende des Tages eigentlich von diesem Tanz? Ja, Geld. Das war es aber auch. Und darum ging es ihr auch in ihrer letzten Zeit dann auch nicht so gut. Weil sie ganz genau wusste, sie ist eigentlich was hinterhergerannt, das hätte sie eigentlich anders auch haben können, nur eben viel besser. Und es wurde wie gesagt mit jedem Jahr immer mehr unmöglich, dieses Kartenschloss zu halten. Und dann kam eben Madame de Montenon, die von Anfang an ihre Prinzipien und ihren Stolz hatte. Und die auch eher zufällig in diese Position kam. Sie wollte einfach nur für ein paar Kinder da sein, für die die Mutter sich nicht interessiert hat. Und diese Kinder hat sie sehr ehrlich und aufrichtig geliebt. Der Älteste konnte nicht laufen und sie ist mit ihm extra an einen Ort gefahren, wo er das Laufen von neu erlernen sollte. Und es ist ihr dann auch gelungen. Der Junge kam zurück an den Hof und konnte laufen und Ludwig war unendlich dankbar dafür. Und so hat er sich dann in diese graue Maus verliebt. Und Madame de Montespan hat es nie geschafft, den König zu heiraten. Madame de Montenon schon. Ludwig hat nach dieser Sache einige Gesetze erfunden. Magie jeglicher Art war nicht mehr erlaubt. Bis 1685 hat man da versucht zu ermitteln, wer was gemacht hat. Aber man hat dann aufgehört. Nicht, weil es um die Menschen allgemein ging, sondern weil man immer mehr gemerkt hat, dass sehr, sehr viele Adelige da ein bisschen Schicksal gespielt haben und man wollte nicht, dass das rauskommt. Weil französische Titel wären ja nichts mehr wert gewesen, wenn herausgekommen wäre, dass da Leute seit Jahren ja Schicksal spielen. Deswegen hat man das Ganze dann irgendwann unter den Teppich gekehrt. Damit auch die Wahrheit über Madame de Montespan. Im Laufe der Geschichte wurden nur sehr wenige Geliebte tatsächlich geheiratet. Die letzte, die kennt ihr alle. Das ist Camilla Parker Bowles. Die hatte erst vor kurzem ihren 25. Hochzeitstag mit König Charles von England. Ja, das war mal eine Geschichte mit hin und her. Ich hoffe, es ging mit den Namen. Ich weiß, es klingt alles so ähnlich und ich hoffe, man versteht es. Ich finde, das war so spannend. Das war so richtig Madame gegen Madame und am Ende gewinnt die, von der es keiner gedacht hat. Aber gut, wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte. Ich bedanke mir, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.